herzlich willkommen zu let's play mit matsch ja die warnung ist immer noch da vorrat an flüssigen stickstoff ist erschöpft dann werde ich jetzt mal hier was tun enzymsynthese wird initialisiert schön nicht einnehmen ja das ist gut hatte nicht vor die enzyme einzunehmen also enzym ist bereit ich muss noch mal was tun jawohl ich entferne weil es was großes im lebensmittellager na dann wollen wir hoffen dass es funktioniert lebensmittellager ja kredits der leviathan verzeucht er die luft die luft mein team er hat alles zerstört ich habe ein spezielles enzym entwickelt um ihn zu töten ich brauchte nur flüssigen stickstoff um die synthese zu vollenden aber von der krankstation kam keiner zurück hier ist etwas von dem enzym wir müssen es in den leviathan injizieren das lebensmittellager ist zu sperren aber es gibt einen anderen weg außenrum was kann er uns zu ersticken mein team es wurde verändert sie sind mit dem leviathan verbunden und atmen seine gifte aus aber diese verbindung ist beidseitig ok wenn ich ihr team erreiche und das injiziere das entzündet direkt ins herz das leviathan transportiert ok ja wir schießen den mist kerl ins all infiziere die keucher also hier darf ich nicht rein habe ich das jetzt richtig verstanden na dann muss man wohl wahr sein was wird man das jetzt gleich hier voll die hölle losbricht zum westturm infiziere keucher ich infiziere flusssteuerung ach du schande man lauf halt nicht zurück boah naja was soll ich sagen ich finde leider credits ohne ende und ein waffen upgrade für den ripper ja super jetzt habe ich es schon gekauft habe ich es zweimal oder sind es jetzt zwei verschiedene waffen waffen upgrades für den ripper das ist das abprallding sie und der winkelwerfer naja dann kann ich da richtig mal pushen hier wenigstens mal irgendeine munition aber da draußen jawohl da ist eine werkbank hey wollte ich doch gar nicht ja kann ich dem ripper mal die upgrades verpassen number one und ein zusätzlicher energieknoten wurde geborgen oder was und number two noch ein zusätzlicher energieknoten ja das ist schön das ist schön dass ich dann auch noch vier energieknoten kriege so klar ist schaden willig ja und dann könnte ich noch eins zwei drei machen nochmal schaden sp2 ist einen zusätzlichen querschläger ja ich schieße nicht damit sp1 ist noch einen zusätzlichen ich nutze es ja nur als nahkampfwaffe also aber ja kapazität dauer ist schon auch nicht verkehrt oder weil dann einfach da aber schaden ist glaube ich wichtiger das heißt wir holen uns jetzt hier auf jeden fall diesen schaden wir holen uns diese kapazität und diesen schaden jetzt hätte ich noch einen und könnte damit nochmal hier richtung kapazität und schaden gehen können könnte mir das aber auch sparen weil ich ja vielleicht noch die nächste upgrade ding sie finde und dann vielleicht eine andere entscheidung treffe ja so machen wir das also schaden 90 punkte ist es ja perfetto viel schaden so dann da liegt noch geld also credits credits ja aber immer nur zu 100 jetzt muss ich hier aufpassen ding dick 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 der ist kaputt hier ist ja cool da ist drei da kann ich eh nicht rein ja gut ripper klingen brauche ich immer komm her johnny lässt wieder nur credits fallen warum sonst hier oben irgendwas schaut nicht so aus anbaukammer west na dann gucken wir mal wo hier liegt sonnen und da liegen noch so vielleicht zwei sehr auffällig dass sie da so also an der tür weil es weg jetzt blind habe ich den weg geschubst ich hab den weg geschubst bleib liegen da ja 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 ich merke ich mir dich merke ich mir und ich merke ich mir aber ich kann es bemerken dann haben wir hier lecker ripper klingen sehr sehr gut credits und projektile ha ha ja shit es ist super effektiv die aber auch ein eh Ah super effektiv was? ah, noch einer zwei und mit einer munition, zwei johnny's, hier ist noch ein explodierding ist schon schluss, oder? den habe ich vorhin gesucht und nicht gefunden, weil ich hier stand, aber dann habe ich ihn nicht gesehen, ja genau, super schade, dass man diese stangen nicht nochmal kriegt, die sind einfach dann weg, so eine wegwerfemunition, wahrscheinlich, weil die playtester sich die dinger mitgenommen haben was wert macht, die haben sie nicht wieder hergegeben so war jetzt eigentlich recht erfolgreich, ich bin happy da wäre nochmal eine stange tatsächlich könnte ich so ein zweier Ding, also hier so ein Reparaturteil gebrauchen habe aber gar nichts, also eigentlich schaue ich mir total schlecht aus Aufzug hier ist nochmal eine Message Sicherheitsanfrage abgerufen Sicherheitsdienst, hier spricht Dr. Cross aus der Hydrostation irgendwas hat die Hülle beim Lebensmittellager getroffen, vielleicht ein Asteroid gib mal letzte durch die Dekompression, wir brauchen Sanitäter und Ordnungskräfte, sofort Oh mein Gott, was in aller Welt ist das? Alle raus aus dem Lebensmittellager Es lebt Wie kann es leben? Wollen wir uns mal die Map anschauen, ist das ein Weg oder ist das eine Tür? Das ist eine Tür, aber das ist noch viel mehr eine Tür hier Jawoll Oho Da liegt eine Waffe Ist das die Strahlenkanone? Eine Energie? Energiekanone? Was wohl so eine Energiekanone kann? Ist das ja die, äh wo stehts? Laserkanone? Ist das die Energiekanone? Soll ich sie ausrüsten? Nee Und ich will ja Ausrufezeichen nicht verlieren Ja, Munition Oh, sorry Falscher Falscher Fehler Freigabe bestätigt Ja Oho Oho Hmm 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 Was denn das? Aua Ah 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 Oh Oh Sind die Kleinen Die Kleinen will ich nicht mit dem großen Ding kaputt machen Ähm Ich hab halt erwartet, dass dann da bloß die Kleinen kommen, aber dann kam aber nicht die Kleinen, dann kam die Großen, also ein Großer erstmal hier zentral hinlegen der große müsste mir nämlich noch ein geschenk für mich haben richtig jawoll sind aber wieder nur credits aber ein bisschen zentraler hier hinlegen ja jetzt kann ich gleich nehmen was ist das eigentlich hier für eine wahl eine werbung hinzumachen also im letzten eck mache ich mit co snacks hau chi chi lai ich muss da jetzt hinlaufen das heißt da werden mir im aufzug bin ich noch nicht gefahren was waren hier hinten noch da lag doch irgendwo noch so eine stange rum ja dann lass uns da reingehen was soll das oder nämlich die stange mit einfach nur damit ich eine stange habe kann man nicht laufen mit stange man scheint die luft nicht so dolle zu sein und ich muss den da hinten infiltrieren also infizieren aber ganz ehrlich bevor ich das mache sollte ich mir noch mal ganz genau überlegen was ich als nächstes mache